ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 machen weiter mit australien wir sind zu gast in australien welt ist abgeschlossen mit zweimal gewonnen und jetzt geht es heute in australien weiter wir gucken mal gerade rein das sieht aber gut aus das heißt das ging mal doch hin ja passt doch auf jeden fall auch wahrscheinlich machen wir sogar bisschen ja doch wir machen trotzdem wieder drei folgen draus dann habe ich nämlich die woche abgedeckt und dann ist für das nächste renn neues neuerdings entfangen zu müssen so genau wir fangen heute an mit dem ersten teil eines gali dann geht es weiter hier mit der warte mal müssen wir kurz gucken 13 kilometer 9 4 8 ich guck gerade also jetzt machen wir 11 11 mit dem hier weil das sind ja genau 22 und die am ende auch auf 11 ja dann machen wir das so das bilden wir so machen wir 11 11 11 ok wunderbar gut naja der erste teil auf jeden fall jetzt erstmal so wir tunen wir wieder unser fahrzeug und dann starten wir in die nächste wertung ok das ist gut zu wissen dass wir die schon mal kennen ist jetzt sicher ich auch fast dass wir den weg im unfall angeblich So, wenn wir mal guten Auftakt holen, wäre das super. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen Gas. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen guten Vorsprung rausgeholt. 13,5 Sekunden. 100, durchsenke. Rechts halten, überkuppen. Rechts 5, nicht schneiden. 80, durchsenke. Links 5, lang, mach zu. In rechts 3, links 4, mach zu. In rechts 3. In links 4, 60. Senke. Kuppe. 100, durchsenke. Kuppe, vielleicht Sprung, senke. Rechts 3, in links 2, lang. Das macht sich doch nicht so ganz gut, oder? Pass auf, in offener Kehre. Rechts 80, senke. Hier steht das Auto, wunderbar. Wenn wir in der Unfallstelle schon Probleme vorbei. Wende, 100, durchsenke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 80, Achtung, links 3, verhängt sich. In rechts 4, mach auf, lang. 80, durchsenke. Links 5, nicht schneiden. Links 62, nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3. In rechts 4, mach auf. Nicht schneiden. Links 3, nicht schneiden. In Kuppe, rechts 3. In links 2. Rechts 5. Bis ziehen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Am Ende mit der 2, 38, 2. Ich habe keinen Kaffee. Warum mache ich mal nicht? Man reicht hier für meinen Kaffee. Gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Vielen Dank. So. Dann geht es jetzt gleich weiter mit dem zweiten Teil. Dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Teil. So. 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 Ich habe ein bisschen verloren. So, dann fahren wir noch die kleine Zwischen. Na gut, dann mache ich trotzdem hier einen Feierabend. Wir sinds in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dirt 4.